Herzlich Willkommen in Space Engineers. Mein Name ist der Target Object und ich versuche mich mal in einem Let's Play zu Space Engineers. Ich bin zwar der Meinung, man kann Space Engineers nicht direkt Let's Playen, weil sehr viele zeitaufwendige, langweilige Folgen vielleicht mal rumkommen. Aber wenn es euch gefällt, bleibe ich gerne dabei. Schreibt es mir einfach mal unter das Video dann. Ich versuche einfach mal, hier mein Bestes zu geben. Ich spiele hier mit Mods und momentan allein. Ich hoffe, dass der Kollege, wenn sein PC wieder heile ist, dementsprechend mit dazu stößt. Ich habe hier gerade ein Bremsproblem. Ich bin in der Erdatmosphäre gespawnt mit diesem Wiedereinstiegsschiff. Wir haben auch Refenerie, Assempler, also Montageanlage und Sauerstoffgenerator dran. Und ich versuche jetzt einfach mal, wo bin ich jetzt näher ran, natürlich an dem. Gut, Drehkreisdämpfer wieder an. Lass mal an, meine ich es um. Dann schauen wir uns mal den Asteroiden an hier, was wir uns da klauen können. Unter anderem habe ich auch die Inventargröße, Schnelligkeit der Raffinerien etc. leicht erhöht. Um einfach hier nicht dieses Grinding zu haben, sondern alles ein bisschen schneller machen zu können. Würdest du bitte bremsen? Das wäre super. Okay, wir sind zum Stillstand gekommen. Willkommen. Wir müssen jetzt erstmal hier alles... Sind immer diese... Hoppala. Achso. Durch die Mods tut es beim ersten Mal G drücken hier ein bisschen länger dauern. Wir brauchen den, den und den. Hoppala. Hänge ich fest. Ich hänge fest. Das Spiel ist noch... Also hier seht ihr zum Beispiel so einen hübschen Buck. Die Lampen hängen hier... Sonst wo. Wir brauchen mal ganz kurz das Schiff ein kleines Stück um. Und dann geht es auch gleich weiter. So. Wir brauchen mal eine Lampe. Was war das? Nervig. Das ist auch so ein hübscher Buck. Das habe ich öfters. Dass ich, wenn ich was hinbaue, dann plötzlich das ganze Objekt gleich da ist. Das müssen sie unbedingt fixen. Ich werde mal schnell eine Neustadt machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. So. Hier mal kurz die Krankenstation draußen drauf bauen. Damit wir hier nochmal erstmal da hin. Aber eigentlich könnte ich die... Oh. Könnte ich die auch... Was ist das? Was? hier schimpft er jetzt wenn man temporären block haben die krankenstation draufsetzen und zwar genau auf ein sauerstoffgenerator wo bist du denn debatt jetzt so leider haben wir die keen entwickler oder entwickler allgemein in dem letzten update ganze menge mist gebaut dabei ist mir egal was jetzt die fanboys sagen sauerstoff sauerstoff da haben wir sauerstoff das nehmen wir mal mit nochmal fläschchen die waffe brauchen wir jetzt nicht so da haben wir das wichtige umgebaut dann gucken wir uns mal kurz um hier so finden irgendwie sehen dass er aus fast wie eis da das ist sehr gut eis kann wir immer gebrauchen liegt eine ganze menge material weg einfach dabei t drücken er kennt eine ganze menge einsammeln ich sollte die außen ansicht gehen geht die nicht geht nicht warum auch immer da habe ich einen auf den deckel gekriegt hier kommt einer mit und erst mal zurück zum schiff befinde also jetzt war uns mal gleich schnell wegpunkt dass wir unser schiff wieder finden ein gps ist schon mal später wieder raus das ist jetzt unser punkt und das eis tun wir gleich rein hier perfekt gut dann geht es weiter auch natürlich eisen habe ich gesehen haben wir hier eine menge sehr gute august da schnappen wir uns natürlich auch was mal gleich mal gucken ob wir uns ein besseres werkzeug herstellen können ja einfach nicht der mars dahinter ist der irgen planet sowas gut dann schmeißen wir das mal hier schnell rein da seht ihr das ist so total witzlos manchmal wir haben hier echt schöne bugs wir gucken ob da ja es gehört alles mir seht ihr und dennoch kann ich nicht es da nicht reinschmeißen ne wir machen das anders zwischen dat und ne die krankenstation die krankenstation direkt um und blenden die aus so mal da wenigstens was rein tun ok so dann suchen wir uns mal schnell die montageanlage raus das ist diese da ich will gucken ob ich mir ein werkzeug herstellen kann montageanlage halt da fehlt noch was und zwar die blöde scheiß waffe und die munition dazu das braucht kein mensch so gehen wir in die produktion und tun mal den ganzen kram verlegen dann haben wir nämlich wieder ein paar rohstoffe mit dem wir was anderes herstellen können unter anderem vielleicht unseren schlauen besseren bohrer dazu brauchen wir nickel silizium und platin guck mal mal was rauskommt wahrscheinlich genau nicht das was wir brauchen weil platin sehe ich irgendwie gar nichts das ist schade wirklich schade das heißt wir brauchen platin irgendwoher brauchen wir platin diese werkzeuge hätte ich gern in erster linie den da dann den da und zum schluss den da ok wollen wir uns hier nochmal um vielleicht haben wir hier noch was anderes er sieht ja interessant aus da drin der leuchtet schon von weiten so schön blau gucken wir uns mal an warum geht eigentlich meine außen ansicht nicht verstehe ich nicht wir haben ja nur ein oh magnesium magnesium her damit würdest du bitte könnten wir wir könnten wenn wir wollten könnten wir moment wir bräuchten mich nervt das was brauchen wir denn können bohrer heißen nickel silizien entschuldigung bin ein bisschen dämlich small drill ich klein hier noch für möglichkeit den erzsensor brauchen wir nickel und zwar eine ganze menge tömt 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 biste sind auch äh mitte sachen aber begnügen uns mal hier mit dem drill so wir haben ja produziert werden wir mal den baum wir hier vorne dran vorläufig äh werden wir dann händisch leeren zumindest vorläufig äh weil hinten dran will ich nicht bauen wenn ich das ding crashe dann crashe ich quasi auch meine raffinerie und das kann ich mir nicht leisten wir brauchen hat er den hier wirklich rausgenommen schaut euch das an den lassen wir mal standardmäßig da drinnen und dann suchen wir nach dem drill also oh was auch dein ium katsch kompakt drill kann normal sein ah micro den können wir uns hier bin ich hier schon nicht schlecht der ist wirklich groß 22.000 stahlblatten moment produktion müssen wir mal reinschauen ja vielleicht finde ich ihn ja das ist der normale drill glaube ich bin blind der wird hier nicht angezeigt kann natürlich auch sein weil die entwickler haben das immer noch nicht geschafft hier eine suchfunktion einzubringen das wäre nämlich allerliebst was ist das für ein drill der braucht den könnte man sogar herstellen schaut so hier so aber wir suchen nicht den wir suchen den anderen also wenn ihr noch einen tipp hat wie man das hier dann schneller finden kann äh schöne sache ich finde es so einfach nicht mach hier nochmal langsam durch wäre nämlich schön wenn man es gleich so herstellen könnte toll 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 da sind die das das haben wir nicht haben wir nicht haben wir nicht kriegt man nicht kommt auch nicht mehr rein äh ist bedauerlich das ist echt bedauerlich hier einfach nicht drinnen oder ich sehe es nicht also wenn wir den aber hier vorne mal anbauen wollen nochmal gucken muss man das da alles noch abreißen na mal den dann da drauf den großen wir brauchen 340 40 90 180 40 90 180 gucken wir mal wir brauchen da 40 40 40 ich bin da nicht aufgepasst mhm ach 40 Computer 300 Herstellungskomponenten 300 Herstellungskomponenten Motoren 40 40 40 Computer 90 Stahlrohr groß und 180 Stahlrohr klein 90 Stahlrohr groß 180 Stahlrohr klein und knapp 23 000 Stahlplatten da schauen wir doch mal nickel ich habe es gewusst irgendwas funktioniert nicht ok äh zerlegt den scheiß dann bauen wir normalen Brill drauf und leeren den dann manuell wo läuft ich wie braucht man denn für eine kleine Kiste und die noch mal schnell ab und setzen wir den da rein hier brauchen unseren Gram hier aber mich nervt das dass man da nicht zugreifen kann ok kleine Kiste ok und unseren Drill jetzt Metallurus ich habe doch die gerade hergestellt wo sind sie denn ah was fehlt uns da wieder Kobalt ich fasse es ja nicht ne nickel fehlt uns können wir noch einstecken das schmeißen wir mal kurz rein Montageanlage mal was bei rum kommt na los da kann es auch mal eine Schnelltaste geben das wäre auch nicht recht saust mal weg hier mit dem dreck 40 und haben das ist ärgerlich das ist so ärgerlich ok dann werden wir mal so hantieren wie viel Inventar Inhalt hat der eigentlich das müssen wir auch abgeben so setzen wir uns mal an Steuer nehmen wir unseren Drill dann brauchen wir die Triebwerke die schmeißen wir da hin so hätte ich gern so ein bisschen Außenansicht jetzt jetzt bist du wo das Magnesium war wo war denn jetzt das Magnesium da ah da ist es ein bisschen das ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht gut aus. Ja, und dann ist auch die erste Folge hiermit schon zu Ende. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.